Warum sollten wir zögern? Lasst uns diesen roten Spion abknallen und fertig! Sollen wir nicht lieber den Sicherheitsdienst rufen? Es wird ewig dauern, bis Sie hier sind. Und wer passt bis dahin auf das Schwein auf? Ich bin Artyom. Schon seit 20 Jahren ist die Moskauer Metro unser Gefängnis. Unsere Festung. Unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, hier unten zu leben. Ich bin dazu bestimmt, hier unten zu sterben. Aber seit dem Tag, an dem Hunter zurückkehrte, sollte nichts mehr so sein wie vorher. Willkommen, Hunter! Jetzt schließt euer Tor. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Sie sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus. Der nächste Schild in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Schau dich um, Hunter. Zehn Soldaten. Zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen. Ihr Geist zerstört. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polistation. Enttäusch mich nicht. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Hey, Artyom. Als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken. Du bist verhaftet. Also gut, du rote Abschaum. Bitte zu deinem Max oder sonst wem. Ha 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 ha. Hör gut zu, Artyom.